Ich bin Dominik. Ja. Genau, 20 Jahre alt und ich wollte halt einfach zu Germany's Next Topmodel, um mich zu zeigen und zu sagen, hey, feminine Jungs sind auch genauso super wie alle anderen auch und wir gehören genau auf so eine große Bühne wie jeder andere auch. Absolut. Also es klingt mehr, als hättest du ein sehr starkes Selbstbewusstsein, auch wenn vielleicht die Leute im Umfeld nicht immer alle so nett sind. Ich bin so, wie ich bin und ich kann mich nicht ändern. Ich möchte mich auch nicht ändern. Ich finde, du bist bildhübsch, so wie du bist. Vielen Dank. Nein, du bist mir sofort aufgefallen. Danke. Danke dir. Gerne.